Hier habe ich im Eifer des Gefechts ein bisschen vergessen. Wir haben jetzt gleich schon 30 Stück von den Föhrern. Nein, ich bin kein Mäuchler. Ich bin der nette Mann von nebenan. Oh, da sind einige. Aber weißt du was? Und ein paar Pferde sind da. Ja, ist das jetzt geil oder ist das geil? Mal gucken, ob du die Messer wieder aufheben kannst. Unterwegs. Nee, die sind dann weg. Erstmal rauf auf den Turm. Ja, erst mal gucken, was hier oben noch so abgeht. So, drehen wir mal schnell ein Röntgen. Oh nein. Aber das sieht gut aus. Also, ab hoch. Das sieht aber auch immer. Aber da unten kribbelt es mir so in den Fingern. Wir machen jetzt wieder unseren geilen Todesjump. So, da legst du ihn nieder. Und Leute, wisst ihr was? Wisst ihr was? Und wir. Die Fahrt ist mir. Oh, die kommen nach oben. Wo bist du? Wo seid ihr denn? Ja, komm. Boot, 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 boot. Ja, du sollst nicht doof in der Gegend rumrennen. Du sollst mich holen. Ah, da. Oh, das war aber jetzt knapp. Lass mich mal. Ah, Junge. Weißt du eigentlich, dass du mit tierisch auf den Sensei gehst hier? Ja. 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 Alter, hau doch einfach ab. Hau ab. Danke. Menschenskinder, ne. Weißt du, da darf ich noch gar nicht sagen. So. So. Nein, nicht. Auf jeden Fall, anderen Turm. Genau, anderen Turm. Gute Idee. Also ein bisschen jektig heute mit dem Greifen. Tschüss. Tschüss. Der war gut. So. Gekontert. Ja, das hat funktioniert gehabt. Ja, so den... Die Fahne hatten wir uns ja schon geholt. Und... Und runter. Genau. Diese Richtung. So, wir haben uns aber wieder ein Pony. Ja. Und dann... Gib ihm... Hier in diese Richtung. Weißt du wat. Hoch zurück. Machen wir dir doch mal ein bisschen... Kiri-kiri. Mit unserem Pferdereiten hier. So, komm direkt. Ist hier noch auf einer? Ach, du stehst direkt daneben. Komm her. Ich mach dich auch noch. Fertig. Oh, hast du die Mieder gerissen? Ups. Na komm. So. Das ging gut. Wir reiten jetzt mal hier hoch. Und das Messer weg. Nein, das soll aber... geil aussehen, weißt du? Okay, wo war hier einer? Ja, wie? Wo war da einer? Die schmeißen den Steigen. Nach dir. Au. Äh, ja. Ach, es hat mich schon wieder gegriffen. Okay, komm mal her, du Kleine. Äh. Äh. Kleiner Taktikwechsel. Aber auch nur kurzer Taktikwechsel. Aber auch nur kurzer Taktikwechsel. Was ist denn da hinten? Wie weißt du die Bank? Ja, ich hole dich mir hin. Ja, ich hole dich hier. Oh. Oh. Ah. Okay. Keine Gnade, mein Freund. So. Da ist doch noch einer. Du rennst nicht weg, mein Freund. Ne, 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 nicht mit mir. Wart mal, geh mal kurz mal nach oben kurz. Hier? Ja. Was? Nein, Mist. Geh doch mal kurz hier links rein. Ja? Ich renne jetzt wieder zurück. So, hier war das, ne? Ja. So. Hier laufen aber ganz schön viele her. Er scheint in Eile zu sein. Ja, ich bin in Eile. Da hast du recht. Da gebe ich dir vollkommen recht, Junge. So, hier hoch. Wo du mit Steinen geschmissen worden bist. Ja. Ja. Nicht mal jetzt hier. Steine schmeißen. Ein Tempner. Ich bin in Eile. Ich war mir nicht mehr. Ich bin in Eile der Hand. Und da ist nicht alles. Ups. Ein Neues. Okay, du denkst du bist cool? Ja, denkst du? Au! Einen starken Schlag kannst du gar nicht blocken von denen. Krass. Ja, ja, ja. So, gib ihm. Da musste ich aber auch blöderweise auf diese Kiste springen. Ja, warum denn nur? Weiß ich auch nicht. Wo ist jetzt der Turm? Da ist der Turm. Ja, da ist der Turm. Da ist ein Bogenbütze. Und selbstverständlich ist hier nichts zum Springen. So, da ist auch ein Bogenbütze. Und dann müsste ja auch da Jerusalem gleich sein. Was heißt? Und da ist noch ein Bogenbütze. Drei Bürger. So, ausgeschaltet. Noch ein Bogenbütze. Oh, da steht auch noch einer. Ja. Bam, 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 bam. Die Bogenbütze. Ja. Dann hat man auch den Turm drauf, oder? Ja. Dann hat man den schon mal erledigt. Genau. So. Ja, ich wusste es. Ich kletter selbstverständlich wieder genau. Ein Fähnchen. Ein Fähnchen. Also, 10 von 12. Oh. Oh. Come out. Come out. So. Weg. Templer Wir müssen Moment, wir gucken nach da Wir gucken nach da Da Achso, wir müssen jetzt hier so ein bisschen rechts rum Und dann Okay Na, runter mit dir Das heißt Guck, wie viele da rumstehen Wo? Aber weißt du, was lustig wäre? Probe ich mal so raus Boah, da bist du ja schon Na mal Ach, wieso kann ich dich denn jetzt nicht? Oh Junge Eine Richtung, bitte Eine Richtung Oh, da kommt ein Rundler Der konnte nicht hoch hier Nein, nein, nein Oh Das ist die Richtung, in die wir auch müssen Ja, 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 ja Du mich auch Oder ich schmeiß dich Tada Da hinten ist eine Fahne Da gehen wir doch mal dahin Hier Ja So Da Da. Ein Templer. So. Leck mich Templer. Ganz gewaltig. So. Das heißt. Mit der Weg geht eigentlich.